Musik 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 Es war in der 1990-80s, und es dauert drei Jahre zu werden, zu werden, zu werden, zu werden. Und das ist der Tegus River, das ist nicht der Seas. Das ist der Tegus River, das ist wider hier in der eastern Partie von Lisbon. So, wir hatten eine lange Brücke, 17 Kilometer lang. Es ist der zweite langen Brücke, 21 Kilometer lang, und es ist situiert zwischen Schweden und Denmark. Wir beginnen jetzt, die wir zurückkommen. Ich hoffe, wir haben einen schönen Tag in Lisbon. Der Postel Show, die die Taste, die wir ansehen, und es wird wieder zurückkommen. Aber wir haben einen schönen Tag. Wir werden einen Komfort stopieren in Alt-Juszterea Service Station. Es ist nur eine Stunde und eine Stunde von der Station. Die Gas werden die Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss-Buss machen. Wir werden eine lange Zeit. Wir werden in Rennau, 1,5 bis 45 Minuten in den Stauberg für den Koffe und dann kommen wir direkt zurück in Utah. Also 1,5 bis 45 Minuten, in Rennau, in Rennau, in Rennau, in Rennau, in Rennau. Wir werden in Rennau stoppen. Gegen die 10 Uhr wir werden halten, wir werden eine Kaffeepause machen. Dann die Verborenen palain, da stehen dann, und dort fahren wir in Delta�. Dann müssen wir ein Kaffeepause machen halbe Stunde. py in 1930 erreichen wir den Fendasticort. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020